Und zu einer weiteren Folge MW3 Battles mit den üblichen Verdächtigen, dem Xenox. Hallöchen. Dem Sveni. Hallo. Und dem Markus. Seh ich gut aus, wie seh ich aus? Hä, hallo? Naja, okay. So, diesmal mal auf ner neuen Map. Wer heißt die MSAD? Wer heißt die? Erektion? Ja. Erektion? Erektion, ja. Ah, ja, ich glaube. Hui, gute Karten. Ne, wobei, immer wenn ich mit dem Philipp spiele, verkack ich, ne? Ich kenn die Map nicht, äh doch, ich hab's nochmal angefangen. What the fuck, was ist das für eine Map? Ich weiß nicht, wohin. Ach, klar kennst du die Map. Ne, woher denn? Das ist mein erstes Mal. Ich weiß nicht, wie die Spawned waren. Dein erstes Mal? Ja. Ich kenn die Map, ich weiß aber nicht, wo die gespawnt sind. Also kenn ich die Map doch wieder nicht. Alter, wie knapp nebeneinander sind hier die Bomben. Ach, fuck, Alter, das sieht man ja gar nicht hier. Hey. Hey, komm mal hier lang. Ich blick schon nicht durch bei der Map. Ja, ich bin auch gar nicht durch. Ja, ich musste, ich hab nochmal ein paar, äh, ein paar Battles gesehen auf dem Map. Ich weiß gar nicht, wo, wo man da mal flanken kann. Das kann sein, das geht oben, zwei Gänge, oben und so, Türme, wo du hochkannst. Und dann gibt's halt noch diese Gänge oben, drüber und unten. Ich hab' gar nicht richtig gesehen, wo die Bombe platziert wurde. Fuck it. Wir sind beide da gewesen. Es hängt alles von dir ab. Definiert da. Da. Aber er war eben, ne? Bill, möchtest du jetzt nicht runterkommen, was von deinem Turm? Nee. Was war denn das? Oh. Ich find das gemütlich hier oben. Wirklich? Schön mollig. Tanox? Ja? Du weißt, dass es MP3 ist, ne? Ja, ja. Ah, fuck, ich bin schon wieder in Armerlaune. Ja, du weißt, dass man durch Wände schießen könnte, gell? Ja, ich hab aber kein Vollmann-Suchgeschuss drin. Das stimmt. Macht dann auch schon. Das ist ein Papp-Wände, hä? Egal. Naja, er kommt da aber nicht durch, das stimmt. Er hat an einer ganz kleinen Ecke, äh, gecampt und hat immer nur hochgeguckt. Okay. Ich bin ja auch Camper, ich darf ja. Nee, ich mein, Phil, ist ja noch's. Ich bin ja Verteidiger. Er hat ja immer nur so ein kleines bisschen runtergeguckt. Ja. Außerdem kannst du auf dem Turm alles übersehen, ne? Das ist ganz gute Position. Ja, aber da gucken die meisten ja dann noch hoch, weil du alles überhielst. Puh. Uh. Uh. Was war das denn? Wer hat die Shotgun gewickt? Was? Wer hat die Shotgun dabei? Der hat ne Unterlaufshotgun. Achso. Ich hab's mal nicht richtig gehört, aber ich wusste nicht ganz genau, weil er an die Ecke kommt. Ach, wir sind Verteidiger, okay. Hm, alle Runden, alle drei Runden ist wechseln. Fuck. Läuft's ja noch. Ja? Echt jetzt? Klar. Alter, snipet der da oben, ganz ehrlich. Warum hast du denn schon so früh überhaupt geschossen, alter? Mitten im A-Cock, willst du dich verarschen? Das kann ja heiler werden. Lass dich gleich so aggressiv rein, das ist, äh, bisschen kritisch. Ja, das wollte ich ja eben, das ist wie überraschend, wenn du die Madden nicht kennst, ne? Ey, weißt du, diese Waffe ist so OP, ey. Hast du noch nix gemacht? Das ist als Brain for the Wind, ey, ganz ehrlich. Na, ein, ein, einmal drei Schüsse rein, bist du tot. D-d-d-dss. Na, Markus? Hm? Hätt ich mal. Alter, du fällst auch noch drauf rein, Markus, ist das denn ernst? Alter, ganz ehrlich, ey, das hab ich gerade in der Zuschaueransicht richtig gesehen, wie er sich denn da rum... Hörst du dich auf gemessert? Ja, ja, anscheinend nix. Ja, ich schau, gar nix passiert. Alter, will ich mich erschrocken. Haben einfach beide die Waffe jetzt gespielt, ey, jetzt fangen sie beide damit an, weißt du? Das war erst mal so Sven seine Waffe. Jetzt haben sie beide die... Ne, ich probier mal ein bisschen durch. Schau, sei nicht, die Waffe hab ich auch noch drin, kann man testen. Welche hast du jetzt? Ja, okay. Alle hier bei mir, Alter. Alle bei mir, Alter. Oben im Haus war, glaub ich, einer. Wir müssen jetzt auch mal zusammenrennen wie die, sonst bringt das nix. Hast du gehört, Markus? Ja, ja, ja. Wir teilen uns nämlich immer auf, das ist scheiße, die rennen auch nur zusammen. Hier sind wir wieder Angreifer. Verteidiger haben es hier deutlich leichter. Ja, das Ziel verteidigen. Die haben schöne Camper-Posys am Anfang. Oh, ich kann nicht rüber. Woodshocks fail. Hinten bei der, der Spawnhaus. Was? Von hinten. Okay. Wo? Ach, nee. Scheiße. Ach so, Sven, du libst noch? Ich dachte, du bist tot. Alter, du Scheiß-Tuber, ne? Nennen wir es mal Tuber. Oh, Alter. Alter, ne? Der mit seiner blöden RPG immer, weißt du? Wenn die getroffen hätte wieder, weißt du? Oh ja, genau. Das überlebt er natürlich wieder. Ja, klar. Was hat er denn da noch unten alles dran? Hat er da noch Unterlaufgranatwerfer dran, ne? Ey, ganz echt, Sven. Übertreib mal nicht, ey. Das muss ich dir dann auch noch verbieten. Du nimmst RPG plus Unterlaufgranatwerfer mit, Alter. Ganz ehrlich. Nee, Unterlaufgranatwerfer nicht. Das ist Unterlauf-Schrotflinte. Don't spawn. Ja, von wo denn immer, Alter? Ja, da kommt der Exzent. Ja, genau. Nein. Boah, Alter. Sehr gut. Wieso sind die so gut auf einmal? Dann ist er um die Kurve gegangen. Dachte ich, okay, dann schieße ich jetzt auf den Zen-Ox und dann kannst du Sven wieder zurück. Wie schnell die auch immer da sind, wo es irgendwas ist, weißt du? Ich kenne die Map nicht, aber anscheinend wüsste sie doch, wo sie langrennen müssen, ey. Ich kenne die Map ja schon fast besser als sie, weil verkackt, wie willst du euch die? Weil ich immer unterschätze, dass ihr denn... Ja, da in der Mitte. Bei dem Haus. Oh, fuck. Sven, sorry. Wo ist? Achso. Ah, da war eine Grenate. Unten, unten. Boah, der ist bei B-Spot. Alle zwei sind da. Wir sind nicht gut, aber, ey. Wenn ich bei Philipp im Team bin, bin ich immer schlecht. Ja, Philipp, oder? Ja, es ist so. Ich habe jeden... Wenn ich jetzt Sven im Team hätte oder irgendein von euch, dann würde ihr genauso schlecht sein. Okay. Ich weiß nicht, woran er denn mal liegt. Einer ist hinten in dem Haus. Wahrscheinlich beide. Die laufen ja immer zusammen. Oh, das kann nicht wahr sein. So viel dazu, dass das durch die Wände geht. Der ist in diesem scheiß Turm da drin. Ach, nö. Gut gedacht. Ja. Ja, das war eine Tür, Philipp, wo ich da durchgeschossen habe. Ja, aber... Das war so eine Holz. Ja, ich habe doch da durch die Tür geschossen. Ich habe dich nicht getroffen. Ja, klar, weil ich ausgeglichen bin. Ja, aber... Ich habe auch noch getroffen. Theoretischerweise müsste ich das eigentlich getroffen haben, weil du dahinter warst. So schnell kannst du da gar nicht weg. Ja, aber nicht so. Wir haben die Bombe gesichert. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Ja, ja. Macht mal. Lalkenade! Willst du mich verarschen, Alter? Boah, das kann doch gar nicht sein, ohne das. So, dass man, Alter, es runter geht. Guck mal, ihr werdet beide noch gestorben, ne? Dass das nicht zählt, ey. Ganz ehrlich, ey. Ach, schön. Auch schon vorbei? Ja, acht Punkte. Ja, ja, nächste Runde. Revams, so. Scheiße. Bis zur nächsten Folge. Haut's darin. Tschüss.